Ich merke schon, ich merke schon, Sie mögen Liebeslieder hier. Das ist gut, ich habe nämlich auf meiner Tournee, bin ja unterwegs gewesen, jetzt in Deutschland und Österreich-Weiß, habe ich natürlich auch einige neue Liebeslieder mitgebracht, die ich so in den verschiedenen Ländern, auch in den Bundesländern gehört habe. Hier ist ein zum Beispiel. Du bist ein wunderbarer Mensch, bereicherst so mein Leben. Wie kann es nur auf dieser Welt so etwas Schönes geben? Dein Wesen, dein Anmut, ein Anblitz so wie keins. Wenn ich auf deinen Busen schaue, dann denke ich nur an eins. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Die schwecken mir am besten. Nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. Thüringer Klöße müssen sein. Jawohl! Applaus 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 Applaus